Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute beantworte ich wieder eine Frage aus der Community, die so lang war, dass ich da eigentlich gar nicht mit Tastatur darauf antworten möchte. Das tue ich heute mit diesem Video und so schrieb Alexander Hanecamp, Grüße gehen raus an dich Alex, in dem Video Fake Training im Wing Chun. Das Video werde ich hier natürlich verlinken, damit ihr es euch angucken könnt. Einen Kommentar, den ich gerne mal beantworten möchte. Und so schreibt er, so war mein lieber Dom, aber gut gemachtes Fake ist das Verkaufskonzept vieler Schulen und Kurse. Jo, denn dann tut man sich nicht weh, muss sich nicht anstrengen, kann nicht scheitern, sehr kundenfreundlich. Also nicht, dass ihr euch wundert, ich habe das hier unten auf dem Laptop stehen, da kann ich das ablesen. Sehr kundenfreundlich und sehr dumm. Spätestens dann, wenn der Kunde, der Schüler, der Student, die Studentin, weibliche Teilnehmer sind natürlich genauso gemeint, dass er Lernte wirklich mal brauchen sollte. Spätestens dann wird es klar. Danke für deinen ehrlichen Non-Fake-Content. PS, man schaue sich mal die Körperformen, Fitness und Technik so mancher Silberrücken an. Dann würde mich wirklich interessieren, wie die in einem echten Kampf oder wenigstens im Sparring performen. Du hast es noch nicht gefunden, sagst du, die Links. Naja, wir machen ja auch Podcasts zusammen mit dem Oliver Oberst. Grüße gehen raus, Olli, auch an dich. Da diskutieren wir ja genau solche Themen, gerade was so Leute Silberrücken nennst du sie. Das sind wahrscheinlich die Leute, die du meinst, die früher mal sehr, sehr groß waren und heute noch große Namen haben, im Wing Chun, wie die heute in einem Sparring-Kampf performen würden. Naja gut, die meisten sind wahrscheinlich schon einfach zu alt dafür. Ja, der Zeitgeist geht ja auch nicht an diesen Leuten vorbei, wie an uns allen nicht. Aber du hast natürlich absolut recht, denn dieses Faken ist tatsächlich ein sehr gutes Verkaufskonzept, wenn man sich einmal vorstellen möchte, dass man sagt, jeder kann Wing Chun betreiben. Das ist ja schon total merkwürdig. Man sagt, heißt ja auch nicht, jeder kann Judo betreiben, weil der 80-Jährige oder die 3-Jährige sich eben nicht mit einem Judo-Wurf auf die Matte fallen lassen oder bringen lassen möchte. Aber man hat das so verkauft, jeder kann Wing Chun betreiben und dann hat man natürlich das Ganze verwaschen und sehr locker trainiert. Und dieser Zeitgeist oder dieser Geist, der herrscht auch nach wie vor in der Szene vor. Also ich habe zum Beispiel auch mal einen Kommentar gehabt, lang ist es her, eins meiner ersten Videos, aber einige Kommentare brennen sich ja ein. Da wurde gesagt, meine Sinnen im Tau ist viel zu hart, die ist ja gar nicht weich, das ist kein Wing Chun. Und das sind eben diese Leute, die glauben, dass sie mit weichem Wing Chun und Armgeschwurbel einem Boxer oder Kickboxer, der seine Kombinationen auf dich einpflastert, dass sie das beherrschen könnten mit weichem und nachgebendem Wing Chun. Und dass die Schrittarbeit und das Rausgehen da schon alles regeln wird. Nö, tut es nicht. Wir überprüfen unsere Thesen immer, indem wir uns Faustschoner anziehen und dann uns richtig was auf die Maske hauen. Eine oder andere Backe sieht man ja auch hier, nicht alles ist vom Rasieren. Und ja, und da hast du natürlich absolut recht, Alex, kann ich so absolut unterstreichen, bei uns ist es anders. Wir machen Sparring, wir gehen nach vorne, wir attackieren und wir verletzen uns auch mal. Das natürlich versuchen wir zu vermeiden mit entsprechender Schutzausrüstung. Und ja, und so sieht es aus und so wird bei uns trainiert. Also Ende mit dem Faken, Leute. Und alle Leute, die glauben, das funktioniert alles nicht, was ihr macht. Ja, Leute, kommt gerne zum Training. Link alles in der Videobeschreibung. Und wenn euch solche Formate interessieren und ihr das gut findet, wenn ich auch mal eure Kommentare beantworte. Unten gibt es jetzt diese Funktion Super Thanks. Da könnt ihr mal eine kleine Unterstützung für mich da lassen. Natürlich nur, wenn ihr wollt, alles freiwillig. Ihr könnt auch Kanalmitglied werden. YouTube sagt, man soll das ab und zu mal erwähnen. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr weiterhin dabei bleibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus. Alex, hau rein. Schöne Grüße, wo immer du bist. Dein Dom. Ciao. Macht's gut.